Guten Abend, liebe Leute. Es ist soweit der Mini-Crash-Kurs. Ich versuche das wirklich relativ kurz zu machen. Ich hatte schon vorher noch so ein paar Sachen mehr, ein paar Folien mehr, aber ich denke, so kurz wie möglich ist das Sinnvollste, um einmal in die Replay-Liga reinzugehen, für die neuen Spieler, die jetzt am Start sind, mal zu gucken, wie läuft das Ganze eigentlich. Inhaltlich versuche ich es auch hier kurz zu machen. Ein paar Infos, Wikipedia, Discord sind die zwei Hauptpunkte wahrscheinlich. Und dann geht es nochmal kurz in die Regeln und dann geht es noch eine kurze Sache zu Sonstigem. Also gehen wir schnell rein. Wikipedia ist der Ort, wo alle Ergebnisse festgehalten werden und da könnt ihr eben auch die ganzen Spielübersichten schon mal sehen, die vorher da sind. Ergebnisse werden erst nach dem Cast eingetragen, logischerweise, damit keine Spoiler da sind, wenn die Streams dann laufen. Wenn ihr gucken wollt, wie sieht es in meiner Liga aus, dann habt ihr den Link. Er ist jetzt hier auf dem Bildschirm, er ist aber auch unten in der Beschreibung nochmal drin und er wird auch in jeder Liga nochmal gepostet mit diesem Video zusammen, sodass ihr im Prinzip so einen Eröffnungspost habt, in dem ihr im Prinzip die wichtigen Sachen findet. Und ja, ihr seht auf dem ersten Bild hier links, habt ihr den oberen Bereich von Wikipedia, wo ihr einmal eure Liga auswählen könnt, um zu gucken, wie steht es da eigentlich nach dem aktuellen Spieltag, der gecastet ist. Und ja, ihr seht Liga 1, Liga 2, 3 und 4 ist auf einer Seite, 5, 6 ist auf einer Seite und so weiter. Könnt ihr die entsprechende Liga anklicken. Sagen wir mal Liga 4. Klicken wir auf Liga 4, dann scrollen wir da ein bisschen runter und dann finden wir die Tabelle. Da seht ihr, das sind die Spiele aus Liga 4. Und unten rechts gibt es den Button Show. Und dieser Button, wenn ihr den klickt, dann öffnet sich die Spieltagsübersicht, wo schon alle Spiele eingegeben sind. Und dann seht ihr auch, wann welches Spiel ansteht, beziehungsweise wann welches Spiel gecastet wird. Oder welche Spiele schon gecastet wurden dann, wenn die Ergebnisse drinstehen. Und da könnt ihr sehen, wann ihr gegen wen spielen sollt. Wichtig jetzt hier, ihr seht, First Day, Second Day, Third Day und sowas. Ist halt erst der zweite Spieltag. Wikipedia ist einfach auf Englisch gehalten, weil es eine internationale Plattform ist. Und entsprechend das Ganze dann auch so international so dargestellt wird. Dann gehen wir weiter zum Thema Discord. Und ja, links seht ihr jetzt meine Channelübersicht, sag ich mal so. Das ist die Kategorie Replay Liga. Da gibt es einmal den Channel Allgemeines. Da wird einfach gechattet. Da könnt ihr euch austauschen über alle möglichen Themen. Könnt Diskussionen anbringen. Ihr könnt Fragen stellen, vielleicht auch. Da findet ihr auf jeden Fall alle Leute, die ihr so finden wollt. Alle, die im Prinzip auf dem Discord sind, können da reinschreiben. In den Channel Anmeldungen habt ihr euch angemeldet. Beziehungsweise die neuen Leute jedenfalls haben sich dort angemeldet. Und der Channel Regeln ist, glaube ich, relativ selbst sprechend. Da stehen die Regeln drin. Der Channel Caster, ihr seht, da ist ein kleines Schloss dran. Der ist nämlich nur für die Caster. Genauso wie Relegation. Der Channel wird auch demnächst wieder abgeschafft, weil die Relegation ist vorbei. Dementsprechend brauche ich die nicht mehr. Und darunter seht ihr auch ganz viele Channel, die entsprechend mit so einem kleinen Schloss sind. Das heißt, die sind für gewisse Gruppen vorenthalten. Und das heißt, ihr seht, Liga 1 bis Liga 16, ML1 bis ML16. Jede Liga hat einen eigenen Channel. Das sieht einfach der Sache, dass einmal in den Channels dann entsprechend nur die Leute aus der Liga freigeschaltet sind. Und ihr müsst nicht nur die ganzen Discord-User-Names durchscrollen, bis ihr den richtigen gefunden habt. Teilweise gibt es auch ein, zwei Leute, die nicht den Namen von ihrem In-Game-Account auf dem Discord auch so haben. Aber man kann es immer rauskriegen, indem man weiß, okay, fünf von den Leuten heißen so und der letzte ist dann der, der sich anders so benannt hat. So, das kriegt man dann schon raus. Aber dann müsst ihr eben nicht lange suchen für die Terminabsprache zum Beispiel. Ihr könnt die Termine auch direkt in dem Channel absprechen. Das ist natürlich für mich dann immer ganz nice zu sehen, sind die Leute dabei, ihre Termine abzusprechen oder nicht. Ihr könnt das als PM machen, das ist mir relativ gleich. Hauptsache ihr spielt dann. Das ist dann die wichtige Sache. So, das zum Thema Discord. Wenn ihr Fragen habt, natürlich immer gerne nochmal in die Kommentare, dann komme ich nochmal drauf zurück. Und dann gehen wir weiter in die Regeln, denn da kamen so ein, zwei, drei Sachen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe nochmal komplett so ein bisschen durch einfach. Das ist vielleicht das Einfachste, um hier und da nochmal ein bisschen was zu sagen. Und ja, ich glaube, Liga, Liga, Regel 1 ist easy. Geht einfach vernünftig miteinander um. Wer das nicht macht, ist sowieso uncool. Punkt 2, cheatet halt nicht. Ist halt uncool. Habt ihr, seid ihr halt raus. Punkt 3, Spieltage bzw. der Spielplan. Spielplan findet ihr auf dem Link entsprechend. Der ist auch im Discord verlinkt. Dann könnt ihr da so draufklicken und braucht die nicht mal hier aus der Beschreibung herauskopieren, sondern könnt direkt klicken. Ihr seht die Deadlines der Spieltage. Da wird es dann schon wieder interessanter. Ihr seht Liga 1, 2 und 3. Da gibt es sieben Spieltage. Liga 4 bis 16 gibt es jeweils fünf Spieltage. Liegt aber daran, einmal sind acht TeilnehmerInnen drin und einmal sind sechs TeilnehmerInnen in den Ligen. Entsprechend gibt es dann die Spieltage. Die Deadlines sind so zu lesen, dass das der Tag ist, bis zu dem gespielt werden soll. Also das ist jeweils der Sonntag und am Montag der folgenden Woche soll theoretisch angefangen werden zu casten, was in der letzten Woche passiert ist. So in der Theorie. Dazu später aber auch nochmal mehr. Deadlines heißt natürlich aber auch, wenn ich eine Deadline am 23.10. habe, heißt das nicht, dass ich am 22. spielen muss, sondern ich kann auch nächste Woche, keine Ahnung, am 10.9. kann ich schon mein Spiel machen, das die Deadline hat im Oktober. Das ist gar kein Problem. Ihr könnt, wenn die GegnerInnen Zeit haben, könnt ihr komplett eure Spiele theoretisch in den ersten zwei Wochen machen und seid dann fertig. Das ist kein Problem für mich, solange das bei allen passt. Und ja, im Anschluss, wenn ihr gespielt habt, gibt es dann den Punkt Replays und zwar sollen die Replays eingesendet werden. Ich habe jetzt hier in den Regeln stehen, die Gewinnenden machen das. Oder die GewinnerInnen steht da, wie auch immer man es dann am Schluss nennt. Schlägen die Replays rein. Hat einfach damit zu tun, ja, die müssen halt proven, dass sie gewonnen haben. So easy ist das. Und die Replays sollten möglichst so benannt werden, dass man sehen kann, wer gespielt hat und welche Map es ist. Also die Reihenfolge ist ja beim Best of Three relativ interessant, wenn es drei Maps sind. So, damit ich nicht anfange zu casten und dann, oh, guck mal, die ersten zwei Maps sind beides Wins von der gleichen Person. Und das dritte wäre aber theoretisch das 2 zu 1, also die Reihenfolge der Maps, dementsprechend bitte mit anmerken. Und ja, es sollen so viele Maps oder so viele Spiele wie möglich gecastet werden. Dementsprechend überlegt euch vielleicht auch, was ihr ingame alles chattet oder chatten wollt. Denn das kann sehr, sehr awkward werden im Stream, wenn da komische Sachen gechattet werden. Beschränkt euch vielleicht auch auf Minimum. Und wenn es dann irgendwie noch Austauschbedarf gibt, könnt ihr ja neben dem Spiel noch ein bisschen im Ingame-Chat oder auch im Discord schreiben. Auch gerne im Liga-Channel dann vielleicht, damit das, oder wenn das alle mitkriegen sollen. Oder es auch vielleicht für mich interessant ist, was da geschrieben wird. Dann habt ihr da die Möglichkeiten. Aber ingame ist das vielleicht nicht die beste Situation dann. Vor allem, weil man auch ingame vielleicht den Gegner oder die Gegnerin aus dem Spielfluss rausbringt, indem man schreibt. Und das ist halt auch, finde ich halt uncool. Da kann man dann auch schon je nachdem, wie weit es geht, über Regel Nummer 1 nachdenken. Also halt, reichst da einfach zusammen. So easy ist das. Gut, gehen wir auf die zweite Seite mit den Regeln. Und da geht es los mit den Spielen. Series sind immer Best of 3. Spieltage alle Best of 3. Und Relegation ist Best of 3. Relegation mittlerweile durch. Dementsprechend nicht mehr so relevant. Dann das Veto-System. Da kam auch eine Frage dazu, wie genau das abläuft. Und was mit der verbleibenden Map gemeint ist. Und zwar ist es so, dass der Map-Pool sieben Maps umfasst. Ihr könnt ihn unter 4.5 sehen. Den habe ich jetzt auch aktualisiert noch. Sodass da die aktuellen Maps drin sind. Es gibt sieben Maps, die im Map-Pool sind. Und gespielt wird folgendermaßen. Es gibt vier Vetos. Die Spielerin mit dem höheren MMR ist A. Die andere Person ist B. Und es werden erst Maps rausgevetot. Es sind sieben drin. Und jede Person kann sagen, A fängt an und sagt, ich möchte nicht Cosmic Sapphire spielen. Dann ist Cosmic Sapphire aus dem Map-Pool raus. B sagt dann, Data-C will ich nicht. Ist das raus? Dann sagt nochmal A. Auch keine Ahnung. Ich habe keine Lust auf Waterfall. Dann ist Waterfall raus. Und B hat keine Lust auf Tropical Sacrifice. Dann werden diese vier Maps rausgenommen aus dem Map-Pool. Es bleiben drei Maps übrig. In diesem Fall, in diesem Beispiel, das ich gerade nannte, wäre es dann Inside and Out, Moondance und Stargazers. Das sind die drei Maps, die dann theoretisch gespielt werden. Sollte eine dritte Map möglich sein. Die erste Map von diesen dreien, die ausgewählt wird, wird von B gewählt. Und danach, die zweite Map, ist Loser's Choice. Also wer die erste Map verliert, darf die zweite aus den verbleibenden Zweien auswählen. Und sollte es dann unentschieden stehen nach dieser zweiten Map, dann gibt es die verbleibende Map, die daneben entscheidet, wer die Series gewinnt. So zum Thema Vetos und Co. Lobby- und Match-Einstellungen. Es soll, also ganz normal, Custom Lobby aufmachen. Melee-Spiel-Mode, ihr nehmt die Map, die entsprechend gespielt werden soll. Und ihr eröffnet die mit Observer Plus. Das ist ja so ein kleines Update von WCS Game Hard. Hat noch so ein extra Feature drin, was zwischendurch auch mal ganz nice zu sehen ist. Und dann macht ihr das auf. Und dann könnt ihr die Spiele spielen. Als Spielerfarben sind Rot und Blau zu wählen. Das einfach der Hintergrund dabei ist, dass die Farben relativ gut unterscheidbar sind. Und ich keine Lust habe, zu versuchen, in einem ZVZ lila gegen rosa zu casten. Und auf der Minimap, wo überall Creep ist, zu versuchen, irgendwie zu ahnen, welche Unit-Movements da sind. Also das, ne, bitte denkt dran, dass ihr für die richtigen Farben nehmt und dann ist das gut. Punkt 4, Punkt 4. Server bzw. Channel. Spiele werden natürlich auf dem EU-Server gemacht als Default. Ich habe jetzt schon gehört, dass ein Spieler im Ausland unterwegs ist. Es ist okay, wenn ihr euch auf einen anderen Server einigt. Aber Default-Server ist EU-Server. Im Zweifel wird da gespielt. So viel dazu. Der Channel, in dem man sich treffen kann, ist Marale Cup. Das ist so der Channel, den ich für die Cups genutzt habe, den ich für die Liga nutze, wo eigentlich sehr viele von den SpielerInnen dann auch drin sind sowieso. Ihr könnt beitreten in-game, indem ihr einfach Slash, Join, Marale Cup eingebt. Und dann öffnet sich der Channel. Und wenn ihr euch dann abgesprochen habt, wann ihr spielen wollt, das könnt ihr über Discord wahrscheinlich eher machen als über den In-Game-Chat. Aber dann seht ihr euch in-game, wenn ihr beide in diesem Kanal sind, wenn beide SpielerInnen in diesem Kanal sind, kann man sich eben auch darüber in die Spiele einladen und muss sich nicht per Battle.net-ID adden oder sowas. Weil es gibt vielleicht auch welche, die ihre Freundesliste voll haben. Bei mir ist das öfter mal so der Fall, weil ich durchs Casten halt relativ viele Leute drin habe. Und dann hat man dann die Möglichkeit, ohne sich, sage ich mal, zu adden, über den Kanal direkt in die Spiele einzuladen. Und dann läuft das alles. Das dazu. Ja, Pools sind noch nicht hundertprozentig fest. Da werde ich nächste Woche nochmal versuchen, so ein bisschen was rauszukitzeln, damit wir da die Preisgelder bzw. Castorpool announcen können. Und ja, Regel 6 sind so ein paar allgemeine Sachen, die so mit der Zeit dazu kamen. 6-1, bei Verstößen kann das Preisgeld gekürzt werden. Kommt ursprünglich aus der Zeit, wo alle Leute in der Liga ein bisschen was von Kuchen abbekommen haben. Mittlerweile sind es nur die oberen Ligen, aber auch das zählt natürlich weiterhin. Die Veröffentlichung der Ergebnisse vor dem Cast ist untersagt. Das steht so drin, weil natürlich beim Cast nicht gespoilert werden soll. Ausnahmesituation ist natürlich da, wenn ihr Streamer seid und ihr sagt, ihr möchtet auf dem Stream spielen, ist das in Ordnung. Ihr solltet dann aber nicht hinterher direkt auf Twitter gehen, ich habe ein Spiel gewonnen. Das ist dann die Ausnahme. Also ihr dürft on-stream spielen, dann schickt ihr mir die Replays, aber dann spoilert ihr nicht im Chat und dann tragt ihr auch nicht die Ergebnisse ein oder sowas. Dann ist das fein. 6.3 Genau, es soll nicht auf die Spiele gewettet werden. Das ist auch ein Punkt, der ursprünglich daher kommt, dass Anfang der Corona-Zeit irgendwann ein Spiel auf irgendeiner Wettseite aufgetaucht ist und das Ergebnis war ja bekannt. Ich glaube nicht, dass es viele mitbekommen haben, aber ich habe es mitbekommen dadurch, dass ausländische Leute in den Channel kamen und meinten, wie ist das Spiel ausgegangen. Dann habe ich erst mal gerafft, okay, da wird irgendwo auf irgendwelchen Seiten auch die Spiele gewettet. Also Echtgeldwetten sind verboten für die Spieler in der Liga. Channelpoint-Wetten sind natürlich in Ordnung. Wenn die Mods irgendwie Channelpoint-Wetten aufmachen, gar kein Problem. Aber auch hier, die Leute, die das Spiel gespielt haben, sollten an dem Punkt möglichst nicht mitmachen, weil das natürlich das Spielergebnis verrät. Das wäre dumm. Das wäre spoilern. Das solltet ihr lassen. Das vielleicht auch als kleinen, wie soll ich das sagen, Decent Humming Being Punkt, den man da reinbringen kann. Ja, Reweck kann angepasst werden, wenn das nötig ist, ist klar. Wer teilnehmen darf, ist sowieso klar. Es sind alle Teilnehmer sowieso in der Liste. 6-6 ist, die Rasse kann während der laufenden Saison nicht geändert werden. Da wurde auch diskutiert in den letzten 2-3 Tagen. Also das gibt es schon in den Regeln. Das hätte man relativ einfach auch klären können. Egal wie eure Ansichten da sind, aber die Regel steht so drin. Also gilt das für die Saison erstmal. Und dann gab es auch vor einer Woche oder so, glaube ich, den Punkt, wer random spielt, muss die Rasse nicht ansagen. Auch nicht, wenn danach gefragt wird. Man darf aber nicht die falsche Rasse ansagen, das ist unsportliches Verhalten. So ist da der Punkt, was random spielt angeht. Und dann sind wir mit der Seite durch. Dann habe ich noch Sonstiges. Und da geht es einmal um Casts. Es sind sehr, sehr viele Spiele diese Saison logischerweise. Mehr als in der Saison davor und in der Saison davor. Letzte Saison haben wir alles geschafft. Ich hoffe, dass es diese Saison auch irgendwie möglich ist, dass wir alle Spiele unterkriegen. Es sind ja einige andere Streamer immerhin auch schon am Start, die dann mitcasten werden. Also ich muss zum Glück nicht alles alleine machen. Das passt dann hoffentlich schon. Und es soll so viel wie möglich gemacht werden. Und es gibt im Discord den Channel-Stream-Plan relativ weit oben. Da versuche ich immer, so früh wie möglich, dann so einen Wochenplan reinzumachen und auch zu schreiben, wann auf welchem Kanal welche Ligen kommen. Die Reihenfolge in dem Stream an sich kann sich dann vielleicht noch mal ändern. Hin und wieder wird es auch mal sein, dass Spiele nicht stattgefunden haben. Deswegen kommen wir zu Deadlines nochmal als sonstiges Punkt. Und zwar, wenn ihr keine Zeit habt, wenn ihr wisst, okay, ich bin in der vierten Woche, bin ich im Urlaub, dann versucht die Spiele möglichst vorzuspielen. Dann kommt keiner in die Bredouille, dass am Schluss der Spieltag vielleicht eine Deadline verpasst hat oder sowas. Und dann ist das alles relativ easy. Die Erfahrung zeigt auch, dass alle SpielerInnen eigentlich bereit sind zu spielen, wenn es mal bei jemandem nicht passt oder so. Dann kriegen die Leute auch mal zwei Spiele in die Woche hin. Da gab es selten Probleme. Und zweiter Punkt eben da auch, wenn ein Spiel mal nicht bis zur Deadline spielbar ist, kann ja sein, dass jemand einfach, wenn ein Termin vielleicht schnappgesprochen ist, krank wird oder beruflich spontan extrem viel los ist und das einfach zeitlich nicht passt oder was weiß ich, irgendwelche anderen Verpflichtungen dazukommen, dann sagt einfach Bescheid. Das kriegt man alles hin. Die Deadlines sind da, damit vor allem direkt am Montag möglichst angefangen werden kann zu casten und die Spiele da sind und es nicht zu viel Verzögerung kommt. Aber wir wissen alle, dass eine Amateurliga und jetzt mal von den ersten zwei Ligen, vielleicht drei Ligen ausgenommen, gehe ich davon aus, dass alle auch so ein bisschen ihr Leben leben und nicht ganz so viel Starcraft spielen und das eher so als Fun nebenbei machen. Die oberen Ligen haben da sicherlich eine andere Motivation noch dabei. Aber es kann einfach mal sein, dass man eine Woche nicht Starcraft spielen kann und dann sagt einfach Bescheid, dann weiß ich, das Spiel passiert oder ihr sprecht schon mal einen Termin ab, wann es vielleicht am Montag der folgenden Woche oder so ist, dann kriegen wir das alles hin. Aber wenn ihr zu viele Deadlines verpasst, dann werdet ihr halt rausgeschmissen oder als komplett Deathloss eingetragen. So viel dazu. Und das war es dann auch für den kleinen Crashkurs. Wenn noch Fragen sind, dann gerne nochmal in die Kommentare oder per DM an mich, wie auch immer euch es lieber ist oder auch gerne in den Allgemeines Channel oder in den Liga Channels nochmal nachfragen, könnt ihr mich auch anpingen. Gar kein Problem. Vielleicht gibt es dann auch noch Fragen, die allgemein hier ein, zwei Mal kommen und nicht nur von einer Person und dann kann ich es nochmal allgemein ansprechen. Ja, soviel dazu. Und dann war es das für heute. Also wünsche ich euch noch einen schönen Abend, gute Nacht und ja, haut rein.